Manchmal klebt ein Schild dran, damit wir nicht gegen die Tür laufen, weil die Tür war halt immer jahrelang offen. Das heißt, wir blenden immer aus, dass es so auf der Tür ist und damit heiße ich auch euch herzlich willkommen in unserem Gym. Wir bauen das Fitnesscenter jetzt auf. Es ist alles turbo schwer. Ich habe auch übertriebenes Muskelkater aufgrund der ganzen Unboxerei-Geschichte. Das ist richtig massiv gebaut worden. Ein guter Start. Anleitung ist ja eigentlich für Loops. Das heißt, wir können auch einfach so auf Yolo machen. Die Sachen sehen schon ein bisschen gleich aus immer mal. Das ist ein Fuß, das ist der Nächste und das ist auch noch ein ganz guter Fuß. Ich leg das nicht hoch mit in der Hand. Die Unterlegscheiben sind für unsere Menschen. Das heißt, hier in der Zukunft werden einige großartige Menschen auch trainieren. So wie John Kim, Rezo eventuell auch, Mark Foster, Zido. Zido kommt auf jeden Fall an. The Rock hat auch schon zugesagt. Oh, Kringo ist aber. Alle Strausel nur leicht festziehen. Steht hier. Oh, das war zu viel für mein Rücken. Das ist auf jeden Fall schon gut anstrengend. Wir können jetzt überlegen, ob wir das schon mal ausrichten wollen, dass das grob steht, wie wir es nachher haben wollen. Ich erstmal noch ein bisschen weiterbau. Wenn es dann zu schwer ist, dann haben wir halt eine neue Challenge. Dann schraub an. Gut. Nicht zu fest, ne? Weil ich muss ein bisschen wegen meiner Kraft, die ist manchmal so unbrechenbar. Das war auf jeden Fall zu viel. Ähm, wo sind eigentlich die Imbus hier, die uns versprochen wurden? Imbus? Ja. Ich hab einen Nimbus verstanden, deswegen hab ich den Wesen hier jetzt mitgebracht. Ähm, ich würd die jetzt einfach hier drauf stellen, auch schon mal dran machen. Weiter geht's. Clem ist einfach weitergebaut, ohne dass ich gefilmt habe. Ja, sorry. Was sagen willst du der Community? Ripp. Prima Menschen. Oder willst du die noch weiter in die Ecke packen? Ey. Nicht noch mehr arbeiten, ne? Okay. Sonst Burnout, sag ich, komm ich kacke raus, wenn du so weiterkriegst. Wir haben leider keine Urschlüssel. Okay. Inbusschlüssel. Der liefert. Da muss ich jetzt so gerade halten, ne? Soll ich die auch schräg halten, so? Schräg ist immer gut. Schräg, dann sieht man sich auch so ganz, wie du angeschränkt guckst. Schräg ist. Drei Mal. Äh. Äh. Du filmst halt vier Insta-Story gehört. Meinst du so halbschräg machen, dann kann man das auch ordentlich verwenden. Wieso? Ja, einfach ein bisschen dynamisch. So dynamisch. Ähm, wo sind die Imbus hin? Ey, das wird einem Spaß jetzt gleich. Oh shit. Es wird uns jetzt hier so eingehakt. Ich krieg das hier nicht mal raus, jetzt, ne? Ey, du bist so überstark. So, Kinder, macht man Babys. Ach, jetzt mal Pause. Schief? Das ist halt jetzt mal schieben. Ich hoffe, dass ihr nach oben zieht. Dafür zieht man ja meistens mal direkt in die Nase, ne? Ich hab Outgesauce. Ich muss nicht mal mehr halten. Die neue Trainingseinheit. Hier ist im Partnermodus. Oh Gott. Soll ich halten? Ja, halt. Und Outgesauce. Und ich hab unten den kleineren Winkel. Ja. Ich hab unten den kleineren. Ich weiß, dass man keine Nuti geht. Hör auf! Nicht wieder machen. Guck mal. Du hast auch zu viel Energie, ne? Halt das mal oben dran. Ich mach das jetzt überschwer. Ja, perfekt. Okay. Ich hab nur einfach nur noch 10 cm zu klein. Muss ich das machen? Ja. Ich mach schon gut. Achtung, Oberflinger. Ja, geil! Nein! Oh, shit! Profis hier. Voll Profis. Ich hab Glück gehabt, dass ich dann direkt hier in der Nähe war. Und euch das helfen konnte. Sollen wir das mal in Position hier bringen? Ich weiß nicht, wie schwer ist das jetzt? Schwer. Das ist relativ. So. Ich hab nichts gemacht. Darf ich auch das reintun? Ja. Hm. Immer den Uhrzeiger drum drehen. Im chinesischen oder ural-ischisch? Ich hab ich chinesischen dabei gar nicht gar nicht. Noch mal als der Bromwis. Ähm. Ich hab einfach mal den Inbus. Äh, hier den Maulschüssel. Den hier. Genau. Mit den fünf Fingern. Wo ist der Imbus? Imbus? Hahaha! Wow! Das ist echt. Noch ein Video drauf. Komm. Da kommen dann die Gewichte dran. Das ist nicht an mich. Wie fühlt sich das an, Insta-Story? Ja, siehst du, merkst du, ne? Scheiße! Wir haben einfach falsch geschraubt. Braucht man die da drin denn überhaupt? Passen wird's nicht. Ja, dann lass die lieber... So ist halt schon echt übelnervig, ne? Ja, so ist nervig. Lass die doch einfach so gut tauschen. Sicher. 50 Minuten Arbeit. Das ist schon mehr als 50 Minuten. So eine Armee, Knippzüge mit... Hahahaha! Ein neues Training. Du kommst schon, du... Ich mach dir doch! Okay, das ist diese Maschine zum Hängen, oder? Das ist diese Maschine zum Hängen. Jens, warum hast du eigentlich noch nicht alles abgemacht? Weil jeder das jetzt macht. Also du. Wie viel ist einer? Ähm... Es gibt 10, 15 und 20 Kilo. So, jetzt haben wir wieder alles richtig gebaut. Das sieht noch viel besser aus. Ey Leute, hier ist so unglaublich warm drin. Sieht an eure Hottness. Weil wir einfach so ein Hottes Rack aufgebaut haben. Ich frag mich, warum du mir selbst... Lass das mittig machen und dann können wir die Stange drauf tun. Aber ich hab die Gewichte schon drauf gemacht. Jetzt ist es zu spät. Film schon, ne ne? Doch, film schon. Schneller! Wie schlecht denn hier? Du musstest doch einfach nur hinten rausziehen. Wie rausziehen? Was machst du da? Ja, wie denn? Ich hab doch gar kein Würzchen. Eine riesen Stau. Ey, die ist so schwer. Wie viel wiegt die denn? 20 Kilo schon. Boah, ist das Öl. Geil. Wie? Warum? Keine Ahnung. Und? Es fühlt sich richtig neu und gut an. Aber es ist halt echt ein bisschen... Es ist echt vorhörig. Und jetzt direkt Shoulder Press. Oh! Ich! 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 Wir haben noch eine Bank zum Bankdrücken. Und wofür wir eine Bank sonst noch so brauchen? Ja. Boom! Wir sind fertig! Wuhu! Brrrr! Brrrr! So! Wir haben gerade eben gestaubt. Die Bank noch aufgebaut. Das war echt ein Gefriemüll, diese Bank aufzubauen. Ja, aber wir haben uns gestaubt. Aber hier, mal kurz zur Erklärung, ne? Die Dinger, nur extra, die euch bestellt, damit wir Dips machen können. Bisschen, wie wir mit Drew Dips machen können. Alle hier im Haus Dips machen können. Aber das sind Dips! Nicht was zu essen! Ja, wenn man halt hier schön Dips machen, wir haben hier die Stange. Die können wir hier verstellen. Das heißt, wir können hier schon hier Squats. Squats, aber das braucht... Also Squats macht ja niemand. Dann ein schönes Bänkchen für Flachbanddrücken einmal. Oh, wenn nicht, brauchen wir nicht. Hast du Bock? Boah, ich hab... Wo ist die Herausforderung? Aber die Stange ist schmierig. Boah, die muss auf jeden Fall vorher noch geputzt werden. Die war sehr tief im Clemens Popo. Sehr ölig. Sehr, sehr ölig. Den Clemens Marc ist sehr ölig. Oh, das wird schon eingeweiht. Oh. Nach Thomas ist dann Carina dran. Hier mit dem Arsch drauf, ne? Hier vorne. Hohlkreuz machen. Hab ich. Genau. Arsch an Schuhe. Spann mal den Arsch an. Und zieh mal die Schulter breite so. Genau. Hab ich. Perfekt. Und jetzt gehst du mit dem kleinen Finger an die Ringe. Genau. Boah, wie schon ne Zitter, Leute. Wir halten. Wir halten. Das liegt halt 20 Kilo. Ohne hoch. Eins. Okay. Mal 10 Stück. So. Das ist sehr schwer. Boah, Leute. Hier. Dafür bin ich nicht gebratet. Wir haben den Schweiß nicht weggepüchtet. Ist egal. Nur mit Handtuch. Nur mit Handtuch. Nur mit Handtuch. Im Bäm Shop jetzt. Ey, das ist gerade mal unbequem. Und jetzt? Ja. Und jetzt hier. Ablegen. Und jetzt hoch. Aber. Lege hier ab. Beim Stoßen ausatmen. Genau. Genau. Wie beim, ähm. Jetzt Carina. Komm, try. Ah, Carina. Okay. Ey, jetzt. Ja, komm, das geht sogar. Ich dachte, das wäre viel schwerer. Sie auch. Okay. Das ist schon schwer. Und hoch. Ja. Geht doch. Du musst das auch loslassen, sonst sehe ich doch aus wie du... Hier hin. Zu dir drücken. Oh mein Gott, du bist dein Hose. Nice. Das ist doch 50. Wer macht das jetzt? André? Wie viel sind das jetzt? 50 Kilo? 50? Mhm. Ja, wem fast dir. Genau. Das ist schon ordentlich, oder? Ordentlich. Gut, ganz gut. Eins. Zwei. Ich seh schon, der andere hat richtig Bock. Das Wichtigste sind die Dips mal auszuprobieren. Okay. Also ich mein jetzt. Alright. Dips. So, wir machen mal Dips und sagen wir Tschüss. Yes. Dippidi Dippidi Dips. Komm Clemens, gehen wir weg. Mr. Julian Bam. Und? Uh. So, der knackt auf jeden Fall gut. Okay. Uh. Boah, wie knackt alles, Alter. Nee, das bringt nichts. So Leute, bald gibt's hier mal ein vernünftiges Training. Genau. Wir sind alle einfach kaputt vom Aufbau und von 10 Millionen Sachen, die wir nebenbei gemacht haben. So, sag mal Tschau. Tschau, macht's gut. Tschüss. 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 Tschau. Haut rein. Peace.